Ahoi Leute und willkommen zurück zu Grimdorn. Wir sind gerade in den Masti-Cellar und wir machen uns einfach mal weiter auf die Suche nach irgendwelchen Super-Items oder nach unseren Quests. Der Fisch ist auch noch mit dabei und hier geht's nach oben. Mustad-Cellar? Ich mag Senf. Masti, nicht Mustad. Ich weiß, aber ich mag Senf. Nein, du hast Senf. Senf ist super. Gott, ich hab richtig Bock am Fischbrötchen gerade. Ich hab richtig Bock auf mein Brötchen. Mit Wurst und Senf. Das hol ich mir morgen Mittag. Nee, weiter. Morgen Mittag gibt's Goi. Eine schöne Curry-Goi. Davon schickst du dich mal. Ich kann nicht mal Foto schicken. Nicht mal mit dem Handy? Nein. Na ja, warte, ich wollte noch Zeug geben. Warte. Komm, wir sind zu uns an den Tisch und dann gebe ich dir Zeug. Pass auf, mein Junge. Ich steh in dir drin. Ähm, das da, 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 das ist da. Ich hab noch zwei Schilder. Wie gut ist dein Schild? Den möchte ich nicht. Willst du einen Schild-Steel haben oder einen Steering Ember? Die haben wir jetzt nämlich fertig. Ach ja, hier ist noch was. Äh, wie gut ist dein Schild? Äh, sehr gut. Weiß ich nicht. Äh, ist 21% Chance, 145 zu blocken, 1,5 Sekunden Block Recovery, 4, äh, 34 physical damage. Nee, vergiss es. Nee, vergiss es. 39, äh, 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 ne, vergiss es. Irgendein Ritalin oder so. Ritalin. Nee, Ritalin. Oder konnte da gar nichts zu. Versteh ich nicht. Ha. Ja, kommst du jetzt? Das versteh ich nicht. Das war gut. Das versteh ich nicht. Na, guck mal noch was hier. Ich hab noch meinen Schädel-Innenraum zerstört. Jetzt hab ich sogar mit dem Trinken aufgehört. Okay. Ich weiß, dass es ein Lied ist, aber ich kenne den Text nicht. Suizid scheidet aus, den Marktforscher wissen. Ihr würdet Alligator vermissen. Und weiter kann ich es nicht. Irgendwas mit, äh, äh, werde ich, äh, wieder Kinder erschießen. Was blöd, ich bin geistig behindert vor Liebe. Dö, 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 dö. Dann stand sie einfach so da. Oh, ich hab heute richtig laut, erstmal schön nach Feierabend. Alligator hat ihn gemacht. Ali, Alligator. Ich weiß gar nicht mehr, wie man Auto fährt. Hab ich schon so lange nicht mehr. Alter, ich fahr so gerne Auto, das glaubst du gar nicht. Ich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Das macht richtig Spaß. Jetzt, wenn ich mein Auto fahre, äh, das nächste Mal fahre, werde ich immer direkt abwürgen. Du kannst mich auch gerne als Fahrer engagieren, wenn du vernünftig bezahlst. Ach, warte, du bist langzeit arbeitslos. Na, guck mal, Journals. Ich wollte gerade zeigen, da liegen Journals. Oh mein Gott, ich bin kein Tank. Ich sollte hier draußen bleiben. Ich kann nicht reingehen. Fies doch nicht. Weiß ich nicht. Ich will nicht rein. Ich möchte nicht. Ach jetzt. Oh mein Gott, was ist das denn? Ein Flash warpt. Oh mein Gott, der macht mich ganz schön kalt. Ich muss erstmal die ganzen Drecksviecher hier vorbei, damit ich überhaupt zu dir komme wieder. Oh, das haben wir geschafft. Nice. Ich bin tot. Oh Gott, war das knapp. Ich bin tot. Ich habe gar keine Ahnung, wo du bist. 400 Damage. Ich war in dir. 400 Damage. Machst du ein Portal? Ist offen. Danke. Ich mache die ganze Zeit neben dem richtigen Portal noch ein Portal. Ich muss husten. Nein, das war noch Musti-Cella. Kannst du noch mal eins machen? Es ist immer noch offen. Weh, ich komme noch mal in Musti-Cella raus. Ich will nicht in den Senfkeller. Ich finde Senfkeller irgendwie cool. Ich glaube, es war nicht so oft in einem. Ich gehe auch noch nie in einem. Ich finde den Namen cool. Na Junge, war es heute wieder im Senfkeller. Oh mein Gott, 24 HP. Ich habe die ganze Zeit nur 600. Ja, nur 600. Ich habe nur 685 die ganze Zeit. Achso, die sind da oben. Die werfen die ganze Zeit in die Wand. Deshalb. Ich habe diese zwei Bücher aufgesammelt. Warden Creek's Journal. Sind wir schon bei Warden Creek? Oh, ich habe hier noch ein anderes. Die dritte Page von Chitanic. Ja, super. Ich kann jetzt nicht aufheben. Ich gebe sie dir gleich. Du musst es schon da oben hier am Krieg machen, oder was? Ja. Ich kann nicht immer in zwei Stunden auf dich warten. Oh, wir hätten auch hier oben reingehen können. Ich weiß. Ne, hätten wir nicht. Oh, wir sind schon beim Warden, okay? Alter, machen die viel Schaden, ey. Also beziehungsweise da, wo wir die Warden haben. Ich bin nur noch schon wieder gestorben. Mich nicht. Machst du kurz ein Portal? Gott, das andere Portal ist im Haus drin. Ja, okay, dann nehme ich das. Wie oft ich verrecke, das ist echt schlimm, Alter. 9000 Zuschauer. Also wir jetzt aktuell, wie immer halt. Das war übrigens vorm Haus. Lügner, Lügner. Lügenpresse, Lügenpresse, Lügenpresse. Gott, es gibt nichts, was mich wenig interessiert. Das wurde dieses scheiß Portal. Okay, da geht es mit der Hauptquests weiter. Wolltest du mir noch die Bücher geben? Ja, warte. Du bist da gestorben? Ja. An einem einzigen Typen. So. Dann, falls ihr das lesen wollt. Äh, scrollen kann man hier nicht. Und hier kann man scrollen. Äh, ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz nach Davis Crossing. Welche haben wir gerade gekriegt? Äh. Inquisition. Journal, irgendwas. Ich mach einfach alle nochmal an. Okay, hier ist der Typ und den rede ich schonmal. Äh, es war, ähm. Ähm, wie, wie haben wir es empfunden, die Gegner zu töten? Wo bist du? In Devil's Crossing. Oh. Oh. Sie waren, äh, eine grausame, sie sahen grausam aus. Ich hab sie schnell beendet. Äh, es war traurig, äh, zu sehen, dass, äh, Menschen so, äh, verdreht sind. Äh, äh, ich hab sie ihrem, aus ihrem Leid erlöst. Oder, äh, ist was blutig und grausam, so wie ich's mag. Nimm irgendwas Nettes. Äh. Äh, ich hab das genommen, dass wir, äh, wir sie, äh, erlöst haben. Wir haben, irgendwas, wir haben drittes, haben wir ein drittes Inventar? Nein. Ich guck's an, was wir, wir haben irgendwas 3 bekommen. Also, Kiste 3. Keine Ahnung, was das heißt. Stauraum. Was ich das alles verkaufen wollte. Was haben wir noch hier, ähm, Accessa 1, Zelda and Dalit. Müssen wir auch noch mit, äh, reden. Der ist bei... Ich glaub, der Stauraum ist größer geworden. Ne, glaub ich eigentlich nicht. Also, mein Stauraum war von Anfang an groß genug. Ich glaub... Ich glaub, ich nehm hier, äh, meine alten Handschuhe, also andere Handschuhe, die ich noch hab. Die machen nämlich 46 Arme anstatt, äh, meine. Die machen ein bisschen weniger. Aus meinem Übergabebereich hab ich die. Und noch ein... Zwei-Handschwert. Ich mag noch epische Sachen, aber die brauch ich nicht, weil die schlecht sind im Gegensatz zu meinen jetzigen. Ich will mein blaues Schwert nicht weglegen. Dann leg's nicht weg. Kann man ein blaues Schwert da auch was reinschmieden? Nein. Fuck. Glaub ich nicht, also ich hab's jetzt nicht getestet, aber ich glaub, es ist wie bei epischen Items, dass es nicht geht. Okay, warte, das macht vier Piercing-Damage. Also angeblich sind gleich schlecht, deshalb packe ich das jetzt einfach weg. Ähm, ich hab noch Scrap für dich. Gott, schon wieder? Hier hast du Scrap, hier hast du noch Sharing Ember. Gavange Plating. Äh, ja. Nee. Hab ich's mir nicht durchgelesen, was es war. War mir egal, hab's einfach gemacht. Ich werf dir einfach immer alles hin. Ich hab's übrigens schon 33 Scrap. Was? Oh, ich kann doch einfach mal das Schwert hier reinlegen. Äh, die anderen brauche ich ja hin. Ich lass sie einfach mal da drinnen. Ach, stimmt. Ich hab ja noch ein Scherlitz. Vielleicht könnte man Sachen verschmieden, ne? Nein, schmieden. Überhaupt schmieden, ne? Was? Mit solchen Sachen könnte man Sachen schmieden, ne? Ja. Scrap. Also irgendwelche, wenn man Teile da machen. Dann verkaufen wir unsere alten Armschienen nochmal. Brauchst du 43 Armschienen, die Cunning bringen? Und Offense Ability? Armschienen, Armschienen. 43, ja auf jeden Fall. Äh, brauchst du 156 Physik für... Hab ich nicht. Ein richtiges Nummer hier mit Dalit. Hab ich nicht. Äh, you're welcome and thanks. Nicht mal annähernd hier. Ah, das ist der Endzauberer oder so. Okay. Soll ich sie verkaufen? Hast du Scrap verkauft? Ne, wieso? Weil da Scrap im Angebot hat. Ne, kannst du kaufen, öfters mal. Okay. Ähm, dann gehen wir nochmal zurück zu meinem Portal. Und gucken, wo wir hin müssen. Also, wir wissen nicht, wo wir hin müssen zur Questern, aber... haben wir noch andere Quest zu tun. Also, zu seinem Portal. Gut, bin ich. Okay. Weil, da hab ich wirklich gesehen. Äh, da ging es noch in eine Höhle rein, oben. Äh, oben? Ja. Nein, da unten. Ja, das ist die Quest. Dann geht es zum Baus. Ah, okay, da war ich eben schon drin. Ähm, hier geht es raus. Okay, wir können erst nach rechts oben lang, oder wir... Ne, nach links müssen wir erstmal... Also, machen wir nicht die Quest jetzt erstmal. Nein, ich wollte eigentlich nicht die Hauptkasse jetzt machen. Ach, das ist die Hauptkasse, okay. Wir wollen ja nicht zerstören, aber wir können, glaube ich, durch das Haus hier gehen, oder? War das nicht so? Ja, kann man. Nein, kann man nicht. Oh. Doch, klar. Oh, hier liegt was. Und hier kommen wir dann zum Hafenbereich, glaube ich. Und ich mich richtig insinne. Gehen wir denen erstmal den kleinen Weg. Sie erkundet den Küstenbereich. Na, warte. Das doch, da steht eine Palme und sie küst den Bereich. Aber vorher kommt noch das jetzt starke Argument, und zwar mittlerlich an den Hals. Und das ist die erste, die nach Schaubigin den Schlüpfer nach mir schmeißt. Kenn ich nicht. Alter, das ist auch von Dame. Also nichts, was du hörst. Gut. Außer, wir beide machen mal wieder einen Apfelsaftabend. Wir müssen mal wieder einen Apfelsaftabend machen, sobald ich eine eigene Wohnung hab. Dann wohne ich bei dir im Keller. Ich hab sogar einen Keller. Aber der ist muffig. Ich auch, passt ja. Okay, ja stimmt, du bist Langzeitarbeitslos. Du musst jetzt ganz schön muffig sein. Mystic-State. Wer das übrigens nicht mitgekriegt hat, Freddy, ist nicht wirklich Langzeitarbeitslos. Ich sag das immer nur, weil... Weil er mich hasst. ...weil sein Praktikum zu Ende ist und weil ich es lustig finde, dass ich jetzt sagen kann, er ist Langzeitarbeitslos. Das hört sich nämlich ziemlich lustig an. Ich bin einfach gegen die Gegend, aber das hat sich einfach nicht interessiert. Was steht da? Ein Journal. Da liegt ein Journal, nimm mal auf. Ah. Falls ihr es lesen wollt. Also da gab es auch eins in Lower Crossing und in Burwich haben wir auch noch einen. Hier ist Fabric. Ja, ich hab auch noch einen Fabric. Ich weiß nicht, ob wir beide drei brauchen. Ich lese mir das mal kurz durch. Also ich hab gerade eins von drei gekriegt. Ja, ich auch. War das Warden Creek's Journal? Ja, in Burwich, nicht das aus Lower Crossing, falls du das hast. Äh, was? Ich hab zwei, äh, zwei Dings. Von denen. Na, ich mach's einfach in Dingens auf. Haben eine Master Lock, Burwich, haben eine Master Lock, Lower Crossing. Ja, und wir haben das aus Burwich jetzt. Ich hab beide mal aufgemacht. Die liest eh keiner, man, ja, guckt das Spiel ja nicht mal. Ja, vielleicht will irgendjemand, also ich krieg jetzt so drei bis sechs Aufrufe manchmal auf die Part. Ich weiß, ich hab dann, na, Statistik durchgeguckt. Wolltest du sehen, ob ich mehr Fame hab als du? Natürlich hast du mehr Fame als ich. Wieso? Weil du bekannter bist. Bisschen. Du hast wie viele Abonnenten? 141 oder 244. Siehst du, ich hab ein Zehntel von dir. Ja, aber immer ein Zehntel, es wird mehr. Ja, 38. Ich muss noch ein bisschen mehr Werbung machen. Kirche will schon immer mehr Werbung machen und dann lässt er es doch. Ja, aber bei Kirche hilft die Werbung auch nicht so viel, weil sein Abonnent ist auch die aktivsten. Ja, aber Kirche hat trotzdem so 30 Aufrufe. Ja. Das ist mehr als wir beide zusammen. Ja. Standardmäßig auf dem Part haben. Ja, weil ich ja auch, äh, 1000 Abonnenten. Ja, dafür sind das echt wenig. Er sagt ja selbst, er hat die inaktivsten Abonnenten der Welt. Nein. Außer natürlich, man heißt Skyplaser, MC, Hurensohn, Bastard, und, äh, kauft sich auch nennen. Oder natürlich, man heißt Arrel und ist, ich geh doch lieber. Okay, ich hab's Treff, Herr Brick. Ich auch. Ich glaube, wir können noch mehr sammeln. Ja, wir müssen die Scheiße, oh mein, oh mein Gott, war das gerade knapp, ich bin tot. Nein. Was hat der für'n, was hat der für'n Skill, Alter? Wer, ich? Nein, der Typ da, der hat mich gestunnt, und ich bin, ähm, hab mich einmal vollgehealt, und war direkt wieder, oh, machst du ein Portal? Er ist offen. Gott, ich muss einfach auch einen Trank nehmen. Der hat mich hier fast ganz schön downgeburstet. Der cold one? Ja. Ja, genau, der. Der hat mir jetzt schon wieder 100 Leben gezogen gehabt. Jetzt sind wir am anderen Ende von Burwidge, siehst du? Ja, hier ist ein Quest. Das ist wahrscheinlich wieder die Kiste mit dem Fabric, ja. Und ein Cracket Loadstern bei mir. Bei mir nur ein Fabric. Hier sind wir, Dreckstiere. Da, da, da. Aha. Bieste. War das nicht letztes Mal noch Rifthounds? Ähm. Rifthounds sind andere. Ich, ja. Ich dachte, sie mal das hier wären Rifthounds. Ja, Rifthounds sind diese, die so ein bisschen leuchten. Das hier ist Bonebags, wollen wir in die Hülle rein? Ähm, ich will erstmal noch den Teil da oben machen, dann noch können wir in die Hülle gerne rein. Okay. Ich glaube, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Dächer? Also noch ein paar kann ich nicht aufnehmen. Ich weiß. Ich schon. Oh, Scrap. Nimm einfach eine Eindruck. Ja, ich mach das einfach fertig. Genauso wie Assassin's Creed, was ich fertig aufgenommen hab. Und dann den ganzen Monat hochgeladen wird. Äh, hier? Nein, da oben. Ach, hier geht auch. Warte. Ich bin einfach durch den Durchgang gegangen. Und ich hab mir kurz einen Durchgang geschlagen. Dem ist, weiß, dass es geht. Ich weiß gar nicht, was mein Schild überhaupt macht. Äh, Damage Observation, okay. Schild Recovery Time. Achso, gut, ja. Das macht meine, äh, Verteidigung einfach besser. Nee. Ein Schild macht Verteidigung. Bist du von... Nein, mein Schild ist kill. Achso. Okay. Ich will kurz zeigen, Alter, wirst du irgendwie hindert oder so? Oh, ich bin tot. Nice. Alter, wie oft ich sterbe einfach. Machst du ein Portal? Gott, ja. Ich kriege die Rückenschmerzen übrigens. Wieso? Ach, ne. Viel gearbeitet. So, dann haben wir auch das fertig. Ja, ich guck mal, wie lange wir noch haben. Nur drei Minuten. Okay. Ich will noch kurz in die Höhle reingucken, wenigstens. Wo ist mein... Hä? Was? Hier soll mein Todesding stehen. Keine Ahnung. Ich guck schon mal in die Höhle rein. Ich seh es nicht. Und ich weiß, woher lang. Hier unten. Äh. Cave Entrance. Oh, fuck. Ich glaub, die Höhle machen wir nicht. Cave Entrance oder DJ Entrance? Äh, wollen wir in die Höhle rein, da sind ganz viel Drecksfächer drin. Das war eine Scheiße, oder? Wie lange geht's noch? Weiß ich nicht. Ich glaub, das war eine etwas... Ne, ich glaub, das war ein kleiner, aber ich... Ich glaub, ich glaube, hier rausgegen. Äh, zwei Minuten und 30 Sekunden. Das Streamlag gerade extrem. Das ist mir sowas von egal. Das Streamlag. Man hat mich ja nicht mal einzuschieben. Ja, ich weiß, aber... Wird mir sowas von egal, ob das Select, dass du ihn guckst, äh, den du guckst, anstatt dass du hier einfach nur das Plays... Ich zocke ja nur, ich hab halt den nur nebenbei offen. Und Klicks zu generieren. Und natürlich um alle 10 Sekunden... Ja, du darfst übrigens nicht in diesem stinkenden Zeug stehen, oder? Ja, ich sterbe gerade. Du bist full live. Ja, aber ich die ganze Weglaufe. Weglaufen ist nicht mein Stil. Deshalb bin ich meistens ein Berserker. Wo denn? Also, ich bezeichne den Charakter aus Borderlands 2, den ich spiele als Berserker. Das ist ein Ganserker. Ja, sag ich doch. Das ist ja gerade ein sehr seltsames Geräusch. Oh, das ist... Das ist kein richtiger Boss, aber es ist ein... Das ist ein größerer Boss. Ich bin tot. Übrigens, das hier ist Devils Crossing, das ist ziemlich schön. Freddy, machst du ein Portal? Ist offen. Ja, halt ich mal, ich sterbe hier gerade so ein bisschen. Ja, danke. Ich bin natürlich ein altes Portal gegangen. Du darfst nicht mal durch das Portal gehen, wenn du, wenn du, wenn ich, äh, sage, äh, wenn du sagst, ja, mach mal ein Portal auf, dann warst du sofort das instant das neue Portal. Nein, ich mach's immer erst, wenn du sagst, ist offen. Ja, und dann ist es bei mir auch offen. Ja, dann gehe ich halt noch durch die alten Sachen. Och, blau, blau, oh. Hast du das Blau bekommen? Ja, drei Sachen. Wirklich? Nein. Oh, fuck. Oh, ich glaubte, ich glaub, dass dieser nasse Boden ist das ekelhafte Zeug, was hier Schaden war. Ja. Ja. Das stinkt, das stinkt jetzt euch nicht. Ist hier noch ein richtiger Bossgegner drin, oder nicht so? Ne, ich glaub, das war der schon. Hoffentlich ist hier kein Richtiger drin, Alter. Ich werde der Pater doch gleich zu Ende. Ja. Wollen wir noch etwa zwei Minuten und... Ja, ist doch vorbei, aber... Den Kampf machen wir noch schnell. Ich mein, ich gehe eh. Wir könnten alternativen noch schnell nach, äh, Devil's Crossing Port und dann da schnell die Quest abgeben. Okay, ich hole noch mal ein... ...Kreuz. So, dann will ich das auch nicht. Dann kann ich mich mal hinporten. Jo. Ich hätte auch mich einfach drin porten können, aber ich wollte raus, ist ja scheiße Hölle. So, Devil's Crossing. Ich bin dringeportet. Durch mein Portal? Ja, ich bin schon da. Gut, mich auch. Bin gleichzeitig da. Ich gehe verkaufen. Okay, und ich... Äh, 50 Armor Legends. Äh... 50 habe ich selber. Okay. Okay. Aber 3% kann ich? Äh, hier. Yes, hier ist es. Und jetzt haben wir hier überall Sachen. Nice. Rare Armor. Nice. Wir haben eine Armor bekommen. Äh... So, die ist ziemlich gut. Ein Schild, der einfach eine Tür ist. Der Schlechtes als meiner. Ah, Fabric. Das können wir in die Kiste packen, weil das wieder so ein... So, ich bin gelappelt, äh... Was für sich? Und, äh... Was geht ich denn jetzt noch schnell? Weiß ich nicht. Äh, beim Handeln liegen Sachen für dich. Fabric kriegst auch du. Was ist, äh, an Tissing Heart? An... 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 An Kindheit? Oder sowas? Irgendein Herz. Keine Ahnung, aber ich würde sagen, dieser Stelle beenden wir den Part, weil wir haben jetzt alles gemacht. Also du kannst gerne nochmal hier durchgehen und das zeigen. Aber ich bin jetzt mal in dem Part. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Tschüss. Äh, ich zeig noch kurz die Sachen bei mir. Hier liegt noch Fabric für dich. Wo ist das? Das Burbage-Lock hab ich doch schon. Ja, aber ich will es nicht haben. Gott. Okay, wo ist Fabric für dich? Hier bei der alten? Äh, nee, hier gibt es eine Quest, glaube ich. Ja, hier sind überall jetzt Dings, also... Kannst du die Quest hier noch abgeben? Also hier oben sind jetzt, äh, äh, so... Zelt, äh, so... Also die alte hat eine Quest bei mir. Kannst du die, äh, abgeben? Weiß ich nicht, hier steht, Where should I be looking again? Und I take it, these are your children. Äh, nee, dann... Nee, ich, also, sind weil die hier jetzt überall so, ähm... Also hier zum Beispiel in der Zelle sind da so, äh, Stoff-Dings über den? Ja, ja, ja. Ja, gut, das war das. Das ist das, was ich sage. Ah, okay, das ist schön. Das ist hübsch. Und das haben wir halt gemacht durch die Quest. Das ist voll gut. Okay, dann warst du so bei mir und ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.